Guten Morgen! Ich bin gerade dabei, mein Handy zu holen. Es ist jetzt viertel vor acht und ich gehe ganz früh gucken. Ich habe nämlich voll Hunger. Heute ist Montag und wie unschwer erkennen können. Es gibt Montag. Heute wird wieder ein schöner Tag. Also es ist schon richtig sonnig. Blendet richtig. Krass wie schön das Wetter im Moment ist. Von einem Tag auf den anderen. Ich bin jetzt Frühling. Man muss schon eines sagen. Es ist kalt. Es ist nachmittags zwar immer voll schön, aber morgens ist es halt doch noch ziemlich kalt. Und ich bin gerade dabei zu sein Essen. Was sind meine Schüssel? Man lässt die einmal irgendwo nicht... Ach, hier hat man sie reingeworfen. Super. Ich hasse es. Wenn die inner schmierigen Trockenfutter liegen bleiben. Es ist einfach sowas von... Uuuh. Aber die Schüsseln haben ja nirgends Platz, ne? Bist du ein Glättenhund? Uh oh, die Glätte war auf der anderen Seite. Ja, Entschuldige. Darf ich das erste sehen oder nicht? Ja, Glättenhund, Glättenhund. Im Glättenhund vom Fell raus geben. Es ist eine logistische Herausforderung, die man meistens nur mit Schere schafft. Und selbst das lässt er mir nicht zu. Obwohl, neulich... ...habe ich ihm eine rausschneiden dürfen. Was? Die Döge haben ja auch nichts. Lassen Sie das! Lassen Sie das! Frecher! Platzi? Platz! Die Schare ist weg. Okay, okay. Jetzt ist auf Krawall gebürstet. So, meine Name und ich gehen jetzt gleich Kaffee trinken. Das machen wir Vormittag manchmal. Mein Deut geht sonst auch meistens mit, wenn er da ist. Aber der ist nicht da. Und ich liebe Kaffee. Vorigens kann ich euch jetzt noch eine Neuigkeit erzählen. Und zwar habe ich einen neuen YouTube-Kanal. Und dort geht es rund ums Thema Bücher. Der Kanal heißt Buchgeduschen. Und später wird es da auch Manga-Dämen geben. Und ich freue mich so, dass ich den Kanal endlich erstellt habe. Allerdings kommt da dann noch mehr Info für meinen neuen Kanal. Ich verlinke ihn dir aber jetzt mal hier oben auf dem i. Wenn du Bock hast, kannst du da mal vorbeigucken. Ich würde mich freuen. Mittlerweile ist es schon nach 12. Ich habe gekocht. Es gibt heute Pizza. Voll genial. Allerdings, ja. Ich bin heute sowas von ihm geschickt. Das war die Dose der Pilze. Alter, das blutet sich sau. Das ist jetzt schon das zweite Pflaster. Das erste ging irgendwie runter. Obwohl es Akkordpflaster sind. Also, italienische Radio sein, dass ich da beklopfe. Die Moderatorin zu voll. Yay! Ja, und jetzt da kriege ich den Tisch. Und in so einer halben Stunde gibt es dann Essen. Warm. Sehr warm. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10. Das ist ein bisschen nach halb 2. Ich habe die Küche aufgeräumt, die Spülmaschine eingeräumt. Und jetzt bin ich auf dem Weg hier auf dem Balkon. Beziehungsweise, ich war gerade schon mal da. Und bin dann noch mal unter die Kamera kurz zu holen. Ja, ich habe Sonnenhut auf und Sonnenbrille. Weil es sehr warm ist. Und die Sonnenbrille ist eigentlich nur wegen diesem Heuschnipfen da. Sagen wir mal so. Denn, ich bin sehr anfällig. Und die Pilkenbollen blühen. Und meine Augen sind sowieso schon tot. Und sollten jetzt nicht noch toter sein wegen der Sonne. Ach, hier ist es auch warm. Ich glaube hier halte ich es auch nicht aus. Ich leichte mir gerade vorhin doch. Aber, ich glaube nicht. In den letzten Tagen konnte ich hier auf jeden Fall prima sitzen. Und mich aufwärmen. Aber heute? Ich bin gerade zu überlegen, was ich dann jetzt machen könnte noch am Nachmittag. Kein Blau. Ist nicht ganz so einfach. Wenn mir was einfallen würde. Meine Mom hat gesagt, wenn mir was einfallt, dann können wir das gerne machen. Aber, äh, ich habe keinen Plan. Weil ich ideenlos bin und einfallslos. Meistens schon. 16.55 Uhr. Und ich habe gerade den WLAN-Druck zum Laufen gebracht. Und fühle mich deswegen gerade voll cool. Weil man das hat es nicht geschafft. Und der Druck sogar. Ist voll schön, das Teil. Ich freue mich darüber. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man Dateien von Word rausdrucken kann. Aber das sollte irgendwie schon noch funktionieren. Okay. Irgendwas piepst hier. Ah, die Gamino war. Verstanden. Die liegt da rum. So. Und dann wird das irgendwie aber voll groß. Aber das Papierformat ist normal. Wir haben nur eins drin. Die Ausrichtung ist Hochformat. Wir könnten auch automatisch drin lassen. Weiterte Einstellung. Android-Druck-Rending. Kann helfen, wenn der Rücktag nicht wie erwartet aussehen. Papier. Man könnte automatisch. So. So. Schwarz-Weiser kannst du ja annehmen. Super. Komm noch gleich. Da, wenn es die Anlage im Winter bist, noch weit weg. Äh. Mehr Optionen. Okay. Zugegeben. Es wird ein bisschen groß. Es wird nämlich einfach eine komplette A4-Seite. Das kann man garantiert auch noch irgendwie einstellen. Das ist die Frage wie. Ich habe auch da noch so kleine Fotopapierchen. Es druckt jetzt. Und während es druckt, mache ich mich fertig. Und wir gehen dann gleich mit Rex eine Runde um. Eigentlich große Rex Runde um. Einfach so ein Abendgastengang. Jetzt dürfte es auch nicht mehr so warm sein. Und so weiter. Alter, hier ist es sehr kalt. Entweder ich habe irgendwo vergessen, das Fenster aufzumachen. Oder die Heizung geht nicht. Beides ist negativ. Naja. Auf jeden Fall mache ich mich fertig und gehe raus. Boah. Unmotiviert. Es ist eine Stunde später. Ich bin vor 10 Minuten ungefähr zu Hause rein. Und hatte vorhin wieder mal Kreislaufproblemchen. Ah. Das war jetzt. Das hat sich nicht gut angehört. Lerne. Nicht mit einer Handspüche ran zu dir. Okay. Ähm. Was wollte ich sagen? Ich habe deinen Faden verloren. Achja. Ich hatte vorhin das Kreislaufproblem. Während dem Gassigang, dass ich so wellenförmige Sachen gesehen habe vor meinen Augen. Und das habe ich manchmal. Das bin ich jetzt mittlerweile schon ein bisschen gewöhnt. Ich finde es zwar immer noch voll lästig, aber ich bin es halt ein bisschen gewöhnt. Und ich werde jetzt was Süßes trinken, damit der komplette Schwindel dann weggeht. Ich muss allerdings erst nochmal runter. Was ich übrigens gerade gemacht habe, ist auf Instagram so einen Fragenpost gepostet habe auf der Story. Ich weiß nicht. Weiß man jetzt, was ich meinte? Doch, ich glaube schon. Denn ich möchte ein Q&A drehen und hoffe, dass man mir Fragen stellt. Das Q&A wird dann auch bald online kommen. Ich überlege gerade, was ich lesen könnte, aber mir fällt nichts ein. Deswegen lasse ich es gerade sein. Ich werde erstmal den Hund versorgen, denn der wartet schon. Bekommt der nervige Hund was zum Essen. Jetzt ist er weg, weil er den Bus gehört hat. Ah, nicht Marc. Der Tochter. Hui. Jetzt wäre er fast im Nachbarn. Irgendwo hoch gehüpft. Also er kam da drüben auf den Weg mit dem Auto. Und Rex mag das gar nicht. Okay. Die Maschinen bekommen hier immer mehr Freiraum, während ich mit meinen Prokkenfutterschlüsseln irgendwo sitze. Übrigens nicht wundern, ich habe meinem Vater die Jacke geklaut. Falls man mich jetzt fragt, warum ich so eine große Jacke an habe. Ich wollte nicht meine saubere anziehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, bist du süß. Hier hinten sitzt er. Das macht er sonst nie. Ich glaube, der beobachtet einfach den Nachbarn. Der ja immer noch da drüben ist. War der Nachbar beobachten? Oder warum sitzt du da? Was sie sehen hier? Hast du schon wieder mit? Du siehst ja, wie sie sich weiter retten. Ja, wie süß sie länger retten. Ist dir eigentlich klar, dass da ein Schiss in der Neunten stirbt? Mittlerweile ist es neun. Ich war duschen. Ich habe gerade das Fenster hier zugemacht und bin von unten geflüchtet. Da läuft schon wieder eine Karnevalssendung und ich kann die echt langsam nicht mehr sehen. Ja, und für heute verabschiede ich mich dann auch schon. Ich hoffe, euch hat dieser Block gefallen. Hier könnt ihr zwei weitere Vlogs von mir gucken. Hier habe ich beide Kanäle von mir verlinkt, also den und den anderen. Und wir sehen uns dann nächsten Samstag bei einem neuen Video. Bis dahin, haut raus, macht es gut, ciao!